Die Mannschaft könnte gerade jetzt die An... Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und nun ein Schuss. Der Pass. Nix zu halten hier. In Überzahl muss man manchmal Geduld beweisen. Genau, da lässt er am besten den Gegner laufen. Hier hat es geklappt und die Folge ist dieses schöne Tor.